Bekennende Evangelische Gemeinde Bekennende Evangelische Gemeinde Bekennend? Weil wir Jesus Christus als Gottes Sohn, Schöpfer und den einzigen Weg zu Gott verkünden. Deshalb möchten wir in Liebe Klartext reden und für unsere Überzeugung einstehen. Als Bekennende Gemeinde knüpfen wir außerdem an ein reiches historisches Erbe an. Bekennende Kirche im Widerstand gegen die Nazis und die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, im Widerstand gegen die Bibelkritik. Evangelisch. Das meint nicht eine Kirchenpartei oder Institution, sondern die Basis unseres Glaubens, das Evangelium oder wörtlich übersetzt die gute Nachricht von Jesus Christus. Er will jedem Menschen Frieden mit Gott bringen. Er kümmert sich um uns persönlich. Und schließlich Gemeinde. Christ sein ist keine Solo-Veranstaltung und Kirche kein Gebäude, sondern Familie. Jesus bringt uns zusammen, damit wir uns gegenseitig stärken können und gemeinsam das Evangelium bekannt machen in unserer Stadt und in unserem Land. Wir sind eine bunte Mischung von unterschiedlichen Menschen mit ihren ganz persönlichen Talenten und Geschichten. Der Glaube an Jesus Christus ist unsere Basis. Gott selber lässt uns zusammen wachsen und zusammen halten. Das Herzstück unseres Gemeindelebens ist der Live-Gottesdienst, unser großer Treffpunkt am Sonntag. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Deshalb steht die Predigt im Mittelpunkt. Darin wird die Bibel systematisch und spannend erklärt. Im Gottesdienst wenden wir uns auch gemeinsam an Gott. Und deshalb singen und beten wir zusammen, um ihn zu ehren und um unsere Anliegen und unseren Dank vor ihn zu bringen. Jesus sagt selbst, lass die Kinder zu mir kommen. Und deshalb möchten wir auch unsere Kinder mit in das Gotteslob hineinnehmen. Jeden Sonntag gibt es ein spezielles Programm für alle Kinder in den unterschiedlichsten Altersstufen. Mit dem letzten Ton der Orgel ist der Gottesdienst aber nicht vorbei. Und alle gehen nach Hause. Nein, im Gegenteil. Danach gibt es die Möglichkeit zu offenen Gesprächen bei Kaffee und mehr, damit wir uns gegenseitig kennenlernen und ermutigen. Zwar sind wir in Hannover, aber moderne Technik macht's möglich. Jede Predigt wird live gestreamt über unsere Homepage und steht danach in einer großen Mediathek zur Verfügung. Wir nutzen auch die sozialen Medien und streamen über YouTube. Tausende Hörer machen davon Woche für Woche Gebrauch. BEG. Das war auch in Corona-Zeiten die Chance zu Begegnungen und Gemeinschaft. Unser Motto ist und bleibt, wir schließen keinen Aus aus dem Gottesdienst. Und wir schließen schon gar nicht unsere Türen. Kirche muss unter allen Umständen Zuflucht für alle sein. Sie darf sich niemals den Mund verbieten lassen und auch nicht das gemeinsame Singen zur Ehre ihres Herrn. Den besten Eindruck bekommt man natürlich live vor Ort. Aber auch schon auf unserer Homepage finden Sie viele hilfreiche Informationen und Möglichkeiten, um bei uns anzudocken. BEG Hannover bedeutet nämlich auch viele Möglichkeiten, um in kleineren Gruppen unter der Woche die Bibel besser kennenzulernen und dazu Gesprächspartner aus allen Altersgruppen zu finden. Von jungen Erwachsenen und Jugendlichen bis zum Seniorennachmittag, vom Kids Club für Kleinkinder bis zum Bibelabend für alle. Jeder ist herzlich willkommen. Studieren Sie die Bibel, lernen Sie Jesus Christus besser kennen, stellen Sie Fragen und verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck von unserer lebendigen BEG-Familie hier in Hannover. Möker Untertitelung des ZDF, 2020